Ja, langsam, 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 ergrat. Oh, alter Schwede, der hat über Meter, langsam, Eckart, langsam, langsam, reißen nicht ab. Pass auf, nicht an die Oberfläche, nicht an die Oberfläche, halten unten. Ja, er nimmt ja schon mal. Ja, ja. Hier, guck, da kommt er. Pass auf, die Rute nicht so hoch, Eckart, wenn der sich dreht, dann reißt du ihn ab. Ich halte ihn einfach so, dann rüberziehen, ne? Nee, noch nicht, noch nicht, Eckart, warte. 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 Das ist dein persönlicher. Guck dir mal das Schwein an. Ey, du, das ist ja Wahnsinn. Hä? Der Boddenrecht, Eckart. Boah. Der hat aber gut, gut, gut gehangen, Eckart. Der hätte, der hätte gehalten. Ich hab auch keine zu Hause. Also höchstens jetzt die Personenwaage. Du, das machen wir im Hafen, Eckart. So, ist scheißegal, ob der Wind scheiße ist, aber das Ding, Eckart, so einen hab ich noch nicht. So einen hab ich noch nicht. Eckart, die Fotos, die schicken wir nachher, wenn du den hältst, schickst du zu deinen Kollegen. Die kotzen. Mach ich auch. Die kotzen. Sagst du? Totter on Consor. Sagst du, ihr mit euren scheiß kleinen Zandern? Ja. Ihr müsst zum Bonn kommen. Ja, du kriegst den.